Hallo ihr Lieben, Solaris hier. Herzlich Willkommen zu einem ganz besonderen Draft Video. Ich habe mir vorgenommen, mal ein paar Challenges zu machen und die erste wird sein die Autopick Challenge. Ich werde jetzt einfach diesen Token Entry, den ihr da über mir seht, anzünden und einfach dazu benutzen, einfach einen ganzen Draft lang den Autopicker entscheiden zu lassen, welche Karte gepickt wird und muss dann danach ein Deck draus bauen und hoffe zumindest ein Game zu gewinnen. Ich bin mal gespannt, wie gut der Autopicker pickt. Ich habe das Gefühl, also immer wenn ich sehe, was er auswählt, ist das nicht ganz so gut, aber wie dann so schlussendlich ein komplettes Auto gepicktes Deck aussieht, habe ich noch nie gesehen. Dementsprechend werden wir uns das jetzt mal angucken. Ich werde einfach die Draft Portion hier zeigen, tatsächlich aber unten in der Videobeschreibung ist auch verlinkt, wenn der Draft dann vollendet ist. Ich werde das Ganze natürlich in Fast Forward machen und so, dass wir uns dann einfach um den Deckbau kümmern können. Also dann viel Spaß. Ich hoffe, es wird witzig. Bis gleich. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Wir fangen an, natürlich. Wir haben... Wir haben scheiß Mana. Aber ein Keeper, würde ich sagen. Denn wir können Poison the Cup fortellen und spielen und haben Binding the Old Gods ready, wenn wir Mana ziehen. Das ist ein Keeper. Ich glaube, die beste Karte in unserem Deck ist vermutlich Schimmerdrift Whale. Ich hoffe, dass wir noch die ein oder andere davon ziehen werden. Okay, Not World Recluse. Nicht die beste Karte hier, die wir ziehen konnten. Jetzt müssen wir schon Land hitten. Also Land wäre mir hier schon wichtig, um gegen James zu bestehen zu können. Vorteil, ja, macht Sinn. Aha, okay. Jetzt haben wir sogar die Auswahl. Holy Schrömmel. Ich nehme, glaube ich, mal direkt die Recluse hier. 3 Mana, 4 Power. Auf geht's. Schön die Autopic Challenge. Behold the Multiverse. Okay, James sucht Länder. 2 Bottom. Okay, findet vielleicht keine Länder. Wenn wir ein Game gewinnen, reicht mir das. Ein Game gewinnen wäre schon top. Da wäre ich schon einfach mega mit zufrieden. Muss in den Discard gehen. Okay. Ich spiele Aga Targaryen. Und Attack für 4. Wenn der Gegner nur blaues Mana liegen hat, ist es nicht so wahrscheinlich, dass er Kreaturen abräumen kann. Und wenn wir ein Land hitten, haben wir Binding the Old Gods. Und wenn wir kein Land hitten, können wir immerhin Poison the Cup suspenden. Ja, das könnte der Raven... Ne, weiß ich nicht. Oh, noch zweimal suspenden. Da ist ein Land. Dann würde ich sagen, suspende ich... Vertelle, Entschuldigung. Vertelle ich zweimal Poison the Cup. Und hau einfach für sieben. Leute! Ich meine, unser Gegner ist color-screwed. Ja, das ist schon auch wahr. Aber wir haben keinen einzigen Pick selber gemacht. Äh... Ja, easy. Good game, sagt unser Gegner schon. Ah, wartet mal. Das sieht so ein bisschen so aus, als könnte... Obwohl, warte. Hier, ähm... Battle of Frost and Fire. Aber der killt Aga Targaryen nicht. Das heißt, ja, da ist es schon. Da ist es schon. Erstes Game direkt gewonnen. Wir haben leider nichts zum Sideboarden. Äh... Wir haben zwei Race to Draw Go und zwei Run Amog. Die ich nicht reinboarden möchte. Ähm... Ja, unser Sideboard ist leider sehr, sehr gering. Von daher muss es einfach so funktionieren. Nochmal. Ich wünsche unserem Gegner jetzt auf gar keinen Fall ein Color Screw. Sondern jetzt nochmal ein richtiges Game. Weil sonst fühlt sich das irgendwie doof an. Dann haben wir diese Challenge gemacht. Aber im Prinzip auch für nix. Also da wäre es jetzt auch schon schön, wenn ein richtiges Game entstünde. Äh... Wir haben... Uh, wir haben Schimmer Drift Veil. Perfekt. Das müsste wahrscheinlich auf blau gehen. Ja, Keeper. Schimmer Drift Veil auf blau. Und dann haben wir hier eine schöne Grixis Hand tatsächlich. I like. Hm... Blue. Maybe hätte ich erst Great Hall of Starnheim leben können. Damit ich noch ein... Weil das kommt eh getappt ins Spiel. Dann hätte ich eine Runde länger Zeit gehabt, zu entscheiden, was für eine Farbe ich mit Schimmer Drift Veil lege. Aber es ist okay. Ich will mich hier nicht beschweren. Okay, Gegner ist rot-blau. Schon angenommen haben. Ähm... Ja... Legen wir den Hawk. Einfach als Blocker. Ich meine, Mana... Wir haben können fast... Wir können eigentlich alles casten. Das heißt, ich glaube, ich lege einfach den Pilfling Hawk als Blocker. Und wäre sogar durchaus bereit, hier zu traden. Weil wir haben schon ein gutes Late Game. Also wir haben tolle Sagen und so. Also ich glaube, das ist okay, hier zu traden einfach. Ich würde das einfach mal machen. Mhm. Okay. Yo. Äh... Äh... Äger. Okay. Äger ist strong. Äger ist strong. Ähm... Legen wir mal hier so ein... Äh... Tapped Land. Dann würde ich, glaube ich, mal... Poison the Cup fortellen. Nächste Runde kann man überlegen, ob man... Dann entweder Mist of Lydiara spielt... Und sich Poison the Cup offen lässt. Oder ob die Hold the Multiverse fortellt oder so. Gibt hier einige Möglichkeiten. Und wir haben... Alles Mana, was wir brauchen. Also wir haben jedes Mana. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Müssen wir nur noch irgendwie gucken, dass wir Äger Targaryen besiegen. Mhm. Also Rot-Blau Giants. Ja, gerade war es Mono-Blau Giants. Mono-Blau Giants ist wahrscheinlich nicht so ein ganz starker Archetyp. Carfell Harbinger. Okay, ja. Kann ich mitarbeiten. Und da ist das Land. Und da wird nochmal was fortellt. Okay. Gut. Ich habe das Gefühl, dass hier es, glaube ich, ganz gut ist, sich Poison the Cup offen zu lassen. Und dann fortellen wir schon mal was. Ich glaube, wir nehmen hier den Guardian. Den können wir dann nämlich nächste Runde einfach als 3-6er spielen. Und ich glaube, damit hat dann das Rot-Blaue Deck schon Probleme. Wenn es den nicht countert, 6er am Arsch, kriegt man mit Squash weg. Okay. Aber ansonsten wird es schon schwierig. Oh, Leute. Das macht mega Bock, mit dem Deck zu zocken. Ich hätte das ja selber nie so gut draftet, aber es macht schon Bock. Please no counter. Nein. Einfach akzeptieren. Ich möchte ein Scrite 2 haben. Das könnte so outcoming sein. Nee. Okay. Scrite 2. Bound in Gold, Snow-Covered Swamp brauche ich nicht. Fünf Länder sind genug. Bound in Gold ist aber cool. Noch ein Removal Spell für uns hier. Okay. Da wird einfach im Combat was fortellt. Und nochmal. Okay. Das ist aber perfekt. Weil, dann können wir jetzt nämlich ohne Angst vor einem Counterspell einfach unseren 3-6er legen. Und unsere Hand ist ja auf jeden Fall noch mega schnieke. Unsere Hand ist mega schnieke. Ja. Ja. Läuft. Du. Oh. Oh. What? What? Das klappt nie im Leben. Dual Strike Behold the Multiverse. Was? Okay. Ja. Gut. Gegner ist ziemlich im Game drin plötzlich. Starker Draw. Oder beziehungsweise starke Abfolge von Karten. Okay. Aber ich meine, wir haben 3-6er. Noch was fortellt. Junge, Junge. Oh. Das ist auch top. Das ist eine gute Karte. Die lege ich hier gerne hin. Mit dem Auto-Pay. 4-4. 4-4 Man ist das super. Gegner hat allerdings 7 Handkarten. Gucken, was wir damit noch so bauen können. Dwarven Reinforcements finde ich nicht schlimm, ehrlich gesagt. Dwarven Reinforcements sind völlig okay. Shimmer Drift Veil. Huh. Ich könnte Kardur legen und mit beidem attacken. Ich könnte Kardur legen und mit keinem attacken. Das ist vielleicht noch geiler, oder? Kardur legen und mit keinem attacken und dann schön die gegnerischen Kreaturen alle mampfen. Das hört sich gut an für mich. Das sieht für mich nach Value aus. Sofern Kardur denn resolven darf. Der Enter the Battlefield Effekt muss halt passieren. Kardur kann danach removed werden. Aber solange ich dadurch, solange ich noch Kreaturen fresse, ist also okay. Boah, wenn ich jetzt wüsste, wovon ich doppelfarbiges Mana brauche. Ah, warte mal. Das braucht Weiß, Weiß, Schwarz und ich habe damit... Dann nehme ich einfach Weiß, oder? Damit ich zur Not die Great Hall of Starnheim aktivieren kann. Indubrio pro Great Hall of Starnheim. Okay. Ey, so schlecht sieht es nicht aus, Leute. Ich bin ein bisschen gehypt. Ich bin ein bisschen gehypt, dass wir mit dem Autopick-Draft was gewinnen können. Okay. Ja, wenn ihr euch das Fast-Forward so ein bisschen angeguckt habt. Ich habe das gerade schon erwähnt. Ich habe dann halt irgendwann selber geklickt. Und zwar immer, sobald der Autopicker selected hat. Weil ansonsten wäre ich wieder aus dem Draft rausgeflogen. Ganz am Anfang ist mir das passiert. Das war nicht so mega cool. Deshalb war ich die ganze Zeit dabei und habe immer geguckt. Nach fünf Sekunden vor Ende hat der Autopicker was ausgewählt. Halleluja. Der dritte Behold the Multiverse. Jetzt ist aber... Das ist aber frech. So. Ich hoffe, wir können jetzt dank Cardoos Ability zumindest zwei Kreaturen futtern. Das wäre schon ziemlich gut. Mist of Lidiara sieht nicht gut aus irgendwie. Gut, dass ich das zweite gecuttet habe. Also das erste ist schon scheiße. Aber es liegt auch so ein bisschen daran, dass wir nicht gegen ein aggressives Deck spielen. Lidiara Kinseeker. Ist okay. Ist okay. Bedeutet vielleicht kein Removal Spell und ich kann ein bisschen was futtern hier. Kann man ganz gut bauen den Golden, denke ich. Und dann einfach für sieben klatschen gehen. Gegner muss jetzt mit allem angreifen. Ist okay. Wir können erst Behold the Multiverse spielen und dann hoffen auf einen Landrop und dann Bound den Gold zu spielen. Wäre eine Möglichkeit. Ah, da passieren immer noch Dinge. Ach, Bounce. Nicht Bounce. Lass die Katze da. Lass den Token da. Oh, Squash. Okay, na gut. Ich futter immerhin einmal was umsonst. Das ist jetzt nicht überragend. Aber es ist okay. Da ist noch ein Lando. Ja, ich glaube wir machen erstmal Behold. Evasion. Besser als nix wahrscheinlich. Binding ist super. Ich greife nicht an. Ich habe zu viel Schiss. Wir sind ein bisschen hinten im Race. Gegner hat mehr Kreaturen auf dem Battlefield. Gegner hat drei Behold the Multiverse resolved. Das ist nicht so ein gutes Matchup für uns. Mono Card Advantage. Der James. Aber wenn der 4-4er da liegen bleiben sollte. Ist okay. Binding the Old Gods ist auf jeden Fall gleich eine gute Karte. Bitte kein Attack. Oh, Attack mit allem. Was ist das? Ich glaube ich gehe mal hier für den Block. Sollte jetzt ein Combat Trick kommen. So be it. Aber vielleicht tausche ich es wenigstens so anderthalb. Provoke the Trolls. Naja, ist okay. Ist okay. Also wir haben jetzt gegen einen Zwerg und Provoke the Trolls. Okay, wir brauchen Removal. Wir brauchen Removal. Ich denke Binding ist auf jeden Fall der Pick hier. Binding hier rauf. Jupp. Und dann Bound in Gold nochmal auf den. Und das Land kann ich auch aufspielen. Nächste Runde kann ich dann den Cursor spielen und Equipment. Wird knapp Leute. Wird knapp. Wir brauchen... Was haben wir denn noch Gutes im Deck? Ich habe ehrlich gesagt... Ich habe das Deck gerade gebaut. Aber ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern, was wir alles noch Gutes im Deck haben. Attack für 1 ist nice. Den nehme ich. Ja, den nehme ich gerne. Jupp, 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 jupp. Okay. Nein. Das ist sehr viel zu powerful. Das möchten wir nicht. Und noch eine Karte vor Telt. Sweet. Arctic Tree Line maybe. So wie viele Länder haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, das heißt, ich kann den spielen. Ich kann Equipment und ich kann auch Mists of Lydiara spielen, ja? Das ist super. Oh. Ist das ein Demon Bolt? Da war ein Stopp. Oh. Ist das der zweite Demon Bolt? Nein. Nein. Man kann es eigentlich passieren lassen, weil er ist dann... Dann ist da in einem Cursor auch nur noch 4, 4. Oh nein. Boah. Doppel Demon Bolt, Squash, Triple, Biote Multiverse. Was soll denn das? Okay. Ich nehme jetzt 4 pro Runde. Das heißt, ich bin nächste Runde tot, wenn ich nichts ziehe. 10 Länder sind dann halt auch einfach ein bisschen viel. Okay. Ich kann immer noch den Hagi Mob aktivieren. Gehen wir auf 4. Und dann brauchen wir was. Dann brauchen wir jetzt ein Topdeck. Sonst sind wir kaputt. Come on. Sulfurismaya. Immerhin kriegen alle meine Kreaturen Death Touch. Das ist schon mal ganz gut. Ja, dann gehen wir mal in Runde 3, wa? Das gewinne ich auf jeden Fall nicht. Damn. Aber wir waren vielleicht knapp davor, das zu gewinnen. Spiele ich Disdainful Stroke? Anstelle von Mists of Lydiara? Um einfach mal so ein Behold zu countern. Vielleicht boarden wir doch ein kleines bisschen. Ich nehme mal Disdainful Stroke rein hier. Um einfach die ganzen Behold the Multiverse zu countern. Hm. Ja, wird auf jeden Fall knapp. Das ist ein gutes Deck, was unser Gegner hat. Gegner hat Elgar Targaryen. Mindestens Doppel Demon Bolt. Mindestens Doppel Behold the Multiverse. Das ist schon ein sehr, 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 sehr solides rot-blaues Deck. Ich glaube, da wird es schwierig mit unserem Autopick Deck. Aber ich gebe nicht auf. Es steht 1-1. Und das Ziel ist eh schon erfüllt. Also wir haben eh schon einen Win, einen Game Win geholt. Also das ist schon top. So, play first. Ha. Ich meine, wir haben alles Mana, ne? Keep. Wir haben alles Mana und Disdainful Stroke. Easy. Und wir können theoretisch ein Koma Faithful in, äh, halt ein Engel upgraden. Irgendwann. Ne, doch können wir. Wir haben genug verschiedene Mana. Gegner ist hier auf dem Mal liegen. Noch 6. Das bedeutet aber nicht so viel, ehrlich gesagt. Dadurch, dass so viele, ähm, dadurch, dass unser Gegner so viele Behold the Multiverse hat, kommt er da auch schnell wieder raus aus dem Mal liegen. Du musst jetzt nur einfach ein blaues Mana legen, verteilen und dann, ja, genau. Dann ist er schon aus dem Mal liegen raus. Und wir haben nur Länder gezogen. Haben wir schon 7. Reicht. Reicht jetzt wirklich. Könnte jetzt tatsächlich ein paar Spells ziehen. Ähm, zum Beispiel Behold the Multiverse wäre toll. Aber bitte sagt Go. Bitte mach jetzt nichts irgendwie so. Oh, mach doch nicht so dumme Sachen. Wetten wir Mühlen, 3 Spells. Poison the Cup, Bloodsky, Massacre. Oh. Oh. Showdown of the Skulls ist aber nicht so bad. Den spielen wir nächste Runde, wenn wir ein Land davon spielen können. Deshalb hier jetzt tappt weißes Land. Sollte jetzt hier Behold the Multiverse kommen, spielen wir den Stand for Stroke. Yes. Hättest du Main Phase machen sollen, haben wir sehr gut gesideboardet. Denn Mists of Lidiara hätte hier gar nichts gemacht. Oder, also je nachdem, wenn jetzt nichts aufs Bord gelegt wird, kann ich sogar noch eine Runde mit Showdown of the Skulls warten. Denn je länger wir warten, desto effektiver können wir halt alle Spells davon. Nur Länder. Die 3 Spells hätten uns gut getan. Ohne Frage. Okay. Wir haben nicht viel Auswahl. Wir müssen es machen. Noch mal 3 Länder. Hallo? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Länder haben wir schon. Das ist frech. Also wirklich, das ist frech. Ich meine, wir handicappen uns hier, indem wir vom Autopic uns draften, unser Deck draften lassen. Und dann ziehen wir 11 Länder. Come on. Das ist wirklich frech. Wir können nicht mal alle Spells spielen. Grün, blau, blau. Oder spielen wir lieber den Swamp? Ne, wir haben noch einen Swamp hier. Ich glaube, das ist okay. Blau und den hier. Nächste Runde haben wir immerhin einen Spell, mit dem wir Marken verteilen. Showdown of the Skiles hat sich auf jeden Fall gelohnt. Äh, nein, jetzt nicht squaschen. Oh, Mann, ey. Das ist so dumm. Das ist so unlucky, wirklich. Oh. Okay, ich könnte K4 Kennelmaster spielen. Ne, ich glaube, ich lege den einfach als Draw-Boer. Und fertig. Oh. Ja, verlieren wir, Leute. Ein Demon-Bold noch und dann ist das Game hier Geschichte. Ich habe wirklich alles gegeben. Ja, Demon-Bold, Hauen für 6. Noch ein Squash. Gegner hat aber auch wirklich einen sehr starken Stack. Das ist auch schon leicht frech, finde ich. Ähm, wir können Kennelmaster spielen und Poison the Cup, ne? Ja. Dann machen wir das. Passenden Turn. Kriegt Kennelmaster und der 2-1er vom Gegner Indestructible. Weil ich einfach so... Ich bin einfach generös, Leute. Ich bin einfach generös. Nicht so ein Kill Me. Oh, ich hätte so gern ein Match gewonnen. Das wäre so nice gewesen, ja. Yup. Ah, ich werde erst mal blocken. Und dann nehmen wir den Immersturm Rider mit. Ich meine, da wird jetzt eh irgendwie noch ein Counterspell oder irgendwas Schlimmes passieren. Keine Ahnung. Nee, okay. Vielleicht sind wir noch nicht tot. Wir sind nur sehr, sehr, sehr wahrscheinlich tot. Aber wir sind noch 2. Okay. Und das ist kein Demon-Bold beim Gegner. Kein Demon-Bold. Okay. Okay. Okay, noch ein Land. Klar. Ach so, dann sind wir ja tot, ne? Naja, stimmt. Dann sind wir ja tot, weil wir haben immer noch keinen Spell gezogen. Turns out, 12 Länder reichen einfach nicht. Oh, ihr greift doch nicht mit allem an, Mann! Was für ein trauriges Ende, ey. 1-0 geführt und dann... Naja, gut. Sehen wir uns gleich zu Game 2. So, auf zur Runde 2 gegen ein hoffentlich faireres Deck und mit besseren Draws. Blau-Grüne Länder. Und der Rest ist eher so in allen anderen Farben. Wir haben so viele Duels. Wenn wir Länder ziehen, werden wir auch irgendwelche Länder in der Hinsicht ziehen. Und wir haben erstmal ein Removal-Spell. Mist of Lidiara, easy. Ah, sehr schön. Achso, ich wollte auch Hello sagen. Ein schwarz-grünes Land ist gar nicht schlecht, weil dann können wir jetzt Coma Faithful spielen. Joa... Shapet sich doch. Shapet sich doch. Das macht auf jeden Fall mehr Spaß, als ein normales Draft-Deck zu spielen. Das kann ich schon mal sagen. Ich bin immer wieder überrascht von dem... Oh, das ist auch nicht schlecht. Ich nehme mal White. Und Fortelle, Behold the Multiverse. Das Gegner jetzt bleibt wieder auf 2 Mana kleben. Das ist natürlich auch geil. Also so richtig viele tolle Matches hatten wir nicht. Ah, da ist das dritte Land. Sehr gut. Was habe ich hier gesagt? Weiß, ne? Genau, weil ich Bound in Gold und schon... Oh, nochmal Fortelle. Gegner ist auf jeden Fall richtig im Fortelle-Modus. Ich werde Behold the Multiverse jetzt spielen, weil ich Länder finden will. Gerne auch Tapped Lands. Das geht beides, denke ich. Grünes Land ist auf jeden Fall okay. Ich glaube, dann lege ich den auch. Der hat ja nächste Runde. Macht er immerhin 1, 2, 3... Minus 4, minus 4. Das ist ganz gut. Ah ja, okay. Wir spielen auf jeden Fall auch gegen Five Color Snow. I like. Ich würde behaupten... Was würde ich denn behaupten? Ich würde behaupten, dass man... Dass ich Mist of Lidiara nicht besser einsetzen kann als hier. Dementsprechend gibt es jetzt hier einen Attack. Und dabei halte ich mir meine guten Removal Spells einfach noch auf. Ja, besser wird es, glaube ich, nicht. Schöner Trade. Und dann machen wir sowas hier. Das sieht insgesamt ziemlich gut aus. Wir haben noch 3 Removal Spells und noch eine heftige Card Advantage Engine am Start. 4 Removal Spells, wenn man ehrlich ist. Noch einen schönen Card Royer in der Pipeline. Ja, das sieht gut aus. Holy Moly. Äh. Holy Macaroni. Wir schmeißen auch nur Bound in Gold und Poison the Cup ab. Überhaupt keine Power. Okay. Na gut. Moride. Moride kann ich nicht casten. Shit. Moride kann ich nicht casten. Ich würde aber sagen, dass wir hier durchaus einfach den umbringen können. Weil mit dem 3-1 Live Linker anzugreifen, das ist so viel Value. Das ist einfach 6 Power Live Swing. Den sollte man so oft machen, wie es geht. Saru ist Packmade. Ja, den kann ich... Den können wir auch nochmal klatschen. Recluse und Poison the Cup. Ich würde sagen, hier kann man auf jeden Fall jetzt den Trade anbieten. Nicht mit dem Live Linker. Wir spielen die Recluse aus und fortellen Poison the Cup. Und jetzt habe ich halt noch einen Removal Spell in der Pipeline. Gegner hat nur 8 Leben. Wir haben 7 Power auf dem Battlefield. Wenn ich hier eine Upkeep... Ich könnte hier eine Upkeep Poison the Cup machen, falls der Gegner einen Removal Spell spielt. Ah, Mann. Mann, ey. Wir verlieren auch gegen die dümmsten Garten. Ah. Sowas von unnice. Das ist richtig unnice, weil... Ich kann Moritte immer noch nicht casten. Mann, ey. Teagrits Shadow... 2 Mal? Ah. Okay, Binding hilft. Gegner auf 5. Wir sind auf 35. Wir haben noch einen Removal Spell in der Pipeline. Moritte, die aber nur was macht. Haben wir einen grünen-blauen Stuhl im... Ja, das ist auch nicht so schlimm. Naja, wir haben nur ein schwarz-grünes Stuhl. Okay. Poison. Hätte ich hier eine Upkeep machen sollen. Dwarven Reinforcements. Great Hall of Steinhaim. So, ist okay. Kreatur und kriegen Death Touch. So. Mal gucken. Der hält unseren Gegner natürlich absolut auf dem Battlefield, klar. Ich werde hier trotzdem angreifen. Ich biete hier den Trade an, bevor er jetzt gleich eine Moritte kommt und den kopiert. Ich habe noch gar kein Rot, ne? Ich habe noch gar kein Rot. Das war maybe ein Missplay, Dwarven Reinforcements umzulassen. Oh, das gibt's doch nicht. Hört auf mit dem Scheiß. Oh, wie wir gegen Doppel-Teagrits Shadow verlieren, ey. Klar. Wir spielen nur gegen die Grindy Decks, die alles, alle 100 4-1s haben. Bin ich ein Riesenfan von. Macht richtig Bock. Boah. Naja, gut, okay. Ich habe auch ein paar kleine Missplays eingebaut, von daher ist das schon okay. Natürlich. Perfekt. Perfekt. Das ist auch eine 5-Turn-Clock mit einem 7-Power-Dude. Kannst du noch was verteilen, um deinen Mana-Perfekt auszunutzen? Yup. Okay, Flieger. Flieger ist Flieger. Flieger ist Flieger. Kann ich nicht upgraden? Ich brauche Doppel-Weiß dafür, verdammt. Yup. Klop vom Gegner ist einfach schneller. Ich habe auf jeden Fall einen Fehler gemacht, Dwarven-Reinforcements oben zu lassen. Mega Missplay. Ärger mich trotzdem. Oh Mann. Wir sind so knapp davor, einfach die Spiele zu gewinnen. Jedes Mal. Tja. Raise the draw, Gour. Oh boy. Die reicht auch nicht mehr. Okay. Auch hier sieht es so aus, als wäre ein Disdainful Stroke ganz schön gut, weil unser Gegner hat halt nur Fettklöpse gelegt. Also Disdainful Stroke hier auf jeden Fall gut. Mist of Liddiara war aber auch okay. Was passt denn hier nicht so gut hin? Maybe die Reinforcements nicht. Aber so schnell ist unser Gegner auch nicht. Wir können auch die Mists cutten. Das mit dem Skull-Raid. Das ist echt immer ärgerlich. Wir verlieren quasi immer zwei Karten, weil wir nicht in der Regel mit unserem Mana nicht so schnell alle unsere Spells resolven können. Wie ihr das jetzt auch gerade gesehen habt. Das ist wirklich, wirklich ärgerlich. Skull-Raid ist eine sehr gute Karte gegen uns. Ich habe irgendwie gedacht, dass wir das Spiel einfach nach Hause fahren, nachdem unser Gegner da irgendwie auf sechs war. Aber dann kamen halt die Doppel-Lindwürmer von oben. Also beziehungsweise müssen nicht von oben gewesen sein, können auf der Starthand gewesen sein. Aber Doppel-Lindwurm macht das Race halt dann einfach wieder für uns richtig, richtig schlecht. So, wie sieht es aus? Hast du bald mal gesideboardet? ADP. Was kann denn so ein... Ich meine, war ja auch vielfarbig. Da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten zu sideboarden. Wollen wir mal gucken. Ich fände es schon einen nicen Match zu gewinnen. Ich weiß, ich bin ursprünglich mit der Prämisse reingegangen. Ich wollte ein Game gewinnen, was wir auch getan haben. Aber so ein Match reizt mich jetzt schon. Ähm, also fände ich auf jeden Fall cool, wenn wir noch ein Match gewinnen würden. So, Game 2. Play first. Jo, das ist ein maligen. Boah. Naja, komm. Ähm, ich würde sagen, wir finden einfach weißes und schwarzes Mana und rennen unseren Gegnern einfach mit Zwergen kaputt. Easy. Ja, das war nicht verkehrt. Schwarzes Mana schon mal da. Das ist gut. Können wir jetzt gleich Dwarven Reinforcement spielen, Tapped Land spielen, danach irgendwas anderes rausrömern. Das ist schon okay. Skypeder auf Winter. Der ist nicht gut für uns. Jetzt kommt ein 4-Drop auf Turn 3 für den Gegner. Das ist nicht gut für uns. Das ist kein gutes Zeichen. Mulligan mit einem 5-Color-Lag ist sowieso immer so eine Sache. Das ist halt, wir brauchen halt eigentlich die Ressourcen an Ländern und an Spells. Okay. Stark. Strong Play. Mhm. Mhm. Und dann lege ich mal den 3-Drop hier. Bin durchaus bereit zu traden gegen Saru's Packmate, damit die 2-2-Zwerge wieder einen Weg frei haben. Ob das passieren wird, sei mal dahingestellt. Aber was ich cool finde, ist, dass trotzdem einigermaßen spannende Matches entstehen. Und das hätte ja jetzt auch einfach sein können, dass man quasi mit einem Draft-Deck gegen sozusagen... Oder halt, dass sich das so anfühlt, als würde man mit einem Standard-Deck gegen einen Legacy-Deck spielen. Aber hier fühlt sich tatsächlich so an, als würde man einfach Magic spielen gegen ein anderes, okayes Deck. Das finde ich, das muss ich sagen, finde ich ziemlich cool. Du musst da doch traden, oder? Ja, und wir mühlen jetzt bitte nicht nur Länder. Ne? Äh, doch nicht getradet? Finde ich gut. Also ein 3-Point-Liveswing nehme ich gerne mit dem Attack. Zumal der Packmate auch schon eine Karte gezogen hat. Also da wäre der Trade ja einfach easy. Nächster Grizzled Outrider. Unser Gegner hat nur Fettklöpse. Natürlich. Distant for Stroke. Hervorragend, würde ich sagen. Vertellen wir mal Poison the Cup, damit wir es auch in der nächsten Runde spielen können. Auf den Grizzled Outrider. Ich bin mal gespannt, wie viele Lindwürmer bei ADP noch auf der Hand sind. Und ob ich jetzt vielleicht hier den Trade machen muss, Grizzled Outrider gegen Zwerg und Koma Threatful. Um einfach Poison the Cup noch gegen den Lindwurm zu haben. Ich meine, ich habe... Ja... Ich glaube, das ist es mir wert, hier dafür den umzubringen. Ich meine, ich habe das Dainful Stroke, falls wir noch ein blaues Land ziehen. Das ist ein blaues Land. Das bin ich... Ich glaube, der 3-6er regelt nicht mehr. Das blaue Land kann vielleicht noch regeln. Mal gucken. Blue. Firewalker. Go. Ich sehe ganz, ganz viele Lindwürmer in meiner Zukunft. Auf der gegnerischen Seite. Ich sehe ganz, ganz viele Lindwürmer. Oh, oh. Oder Gegner of Scrooge einfach jetzt für... Bis zum Ende aller Tage auf 5 Ländern. Aber selbst auf 5 Ländern kann er ja vermutlich den größten Teil seines Decks spielen. Oder sie. Okay. Schnee, Swamp, Swamp. Ne, doch nicht. Okay. Würde ich hier immer noch blocken, ist die Frage. Ich denke ja. Die Frage... Ich würde auch, glaube ich, mit dem Live-Linker und einem Zwerg blocken. Oder block ich vielleicht sogar mit Firewalker. Ne, mit Firewalker block ich nicht. Ezeka. Okay. Wenigstens noch mal eine Mythic an den Start gebracht. Okay, wird noch was verteilt, nehme ich mal an. Da ist immerhin noch ein zweites Blaues. Das heißt, ich kann den hier auf jeden Fall legen und relativ unsuspicious hier den Distant für Stroke für den kommenden Lindwurm offen lassen. Ich bin mir relativ sicher, dass er kommt. So lange auf 5 Ländern gehangen mit so vielen Handkarten. Der Distroke muss jetzt auf jeden Fall was reißen. Ah, wahrscheinlich tut das. Ja, ja, genau. Das dachte ich mir. So, ein Ravenous Lindwurm haben wir gehandelt. Durch unser sehr, sehr gutes Sideboarden. Und jetzt bräuchten wir ein Removal für Grizzled Outrider. Dann wäre es... Okay. Kann man noch finden. Kann man noch finden. Alles gut. Removal. Moride. Blau, blau, grün. Moride. Ja, okay. Können wir tatsächlich gleich casten. Ich weiß noch nicht auf was. Aber Moride geht. Auf einen Flieger vielleicht? Kann man mit dem 3-6-Flieger gewinnen? Kommt jetzt... Mann! Das ist so unfair. Das fühlt sich so unfair an, ey. Es war so knapp. Ah! Schade. No. Ja, ich trade hier, denke ich. Wenn er noch ein Removal-Spell ist, werden wir in der nächsten Runde wieder der gleichen Situation ausgesetzt sein. Bitte jetzt 3 Ländermühlen und nicht 3 gute Spells, die ich ziehen möchte, wenn es geht. Oh ja, die machen alle nicht so viel, das ist schon okay. War tatsächlich okay. Wobei K-Dur wäre gut gewesen. Der Rest ist okay. Ja, gewinnen wir einfach mit dem 1-2-Pilfering-Hawk, oder? Klar. Easy. Dann discarden wir mal den... Jupp. Ja, wir können immerhin... Können immerhin... Können immerhin Issyka killen. Attacken lohnt sich hier, glaube ich, noch nicht. Wie viel haben wir denn? 1, 2, 3... 3 Snowden. Also Minus... Ne, können wir nicht. Minus 3, minus 3 können wir nur geben. Das reicht nicht für einen Lindwurm. Das reicht aber dafür. Für den reicht's. Holy moly. Ey, die Leute haben ja richtige Decks gedraftet. Was soll das? Holy moly. Aber vielleicht können wir mit unserer... Richtig guten Flyer-Flotte gewinnen. Der muss weg. Dann Attack für 1. Dann Attack für 3. Nein, nein, nein. Nicht Activate Ability. Das macht ja doch gar keinen Sinn. So, schön rein. Und dann einfach mit unseren Fliegern gewinnen. 5-Color-Snow-Flyer. Neuer Archetyp. Easy. So, Gegner darf jetzt schön ausfladden am besten. Finde ich gut. Äh... Joa, das ist, glaube ich, ein Easy-Block. Firewalker. Können wir vielleicht nochmal gebrauchen. Kannst vielleicht nochmal durchcyclen an einem wichtigen Spot oder so. Mal schauen. Nix Fettes jetzt. Nix Fettes. Man kann ja hoffen, ne? Okay. Okay. Das ist... Wow. Hallo. Kaffee Cannon Master. Neiße. Attack für 5. Yes. Holy. Kommen wir nochmal rein? Nein. Mach nix. Pfff. Target Shadow. Ich glaube, ich behalte den Flieger. Wenn das Race gewinnen wir. Angenommen, Gegner hat nix mehr, gewinnen wir das Race. 13 zu 24. Easy. Ah, okay. Ja. Bisher gewinnen wir es. Wenn jetzt noch ein Lymphum kommt... Holy Moly. Auf geht's. Ich schöpfe gerade neue Hoffnung. Glad Sky Berserker. Zieht mir ne Karte. 2, 3 Menes. Wer haben hier noch? Das sieht gut aus. Must... Der 2, 3... Ich hätte gerne ne Karte gezogen. Aber okay. 2, 3 Menes tauscht halt auch nur gegen den Skypeter. Ich werde wahrscheinlich... Oh Mann. Was? Wo ist... Wie? Wo kommen die ganzen Lindwürmer her, Mann? Gewinnen wir das Race plötzlich nicht mehr. Immer 2 Lindwürmer. Nie weniger als 2 Lindwürmer gehabt, der Gegner. Nie. Hat immer nur so getan. Wobei der wahrscheinlich schon getop deckt werden muss. Weil sonst spielst du den ja einfach vorher aus, oder? Okay. Habe ich hier noch? Ne, habe ich nicht. Okay. Okay. Still in the game, though. Still in the game. Poison the Cup. Wir scrying gleich auf was cooles. So. Gegner schon auf 11. Wir haben eine... Wir haben ein Lindwürmer schon weggeballert. Negate. Negate. Oh Mann. Village fucking... Oh Mann. Jetzt sind wir auch noch den... Was für eine Frechheit ey. Sind wir auch noch den Sky 2 losgeworden. Wegen der dummen Village Rides. Meine Güte. Okay. Saru's Pac-Mate. Nicer Draw auf jeden Fall. Gibt uns ein Redraw. Auf. Oh, nicht schlecht. Ist alles okay. Nur der greift an. Neun. Gegner auf neun. Ich würde sagen, wir sind hier noch drin. Wir sind hier noch drin. Noch ein Land gefunden beim Gegner. Ja. Sehr schön. Noch ein Lindwurm. Please not. Wobei wir sogar einen ganz guten Block auf dem Lindwurm jetzt hätten. Mit einem 3 3er und einem 3 6er. We do hang on Targaryen. Können wir auch spielen. Sehr gut. Gegner auf sieben. Hier. Easy. God's Hall Guardian. Ärger. Ob die sich die Gegner auch irgendwie denken. Boah. Was hat der denn für einen Scheiß gedraftet? Warum spielt der denn 5 Color mit so Karten wie God's Hall Guardian? Und so. Würde gerne mal die Reaktion sehen. Ja. Der ist nice. Okay. Macht nüchte. Okay. Easy. Easy. Behold the Multiverse. Easy. Ich hätte da sogar von Binding spielen können. Verdammt. Ich habe vergessen, dass der... Ich habe vergessen, dass der Mana weniger kostet. Durch den Starhinein Corsa. Verdammt. Das war echt nicht so schlau. Okay. Ja. Nächste Runde. Schön Showdown auf der Skulls und dann durchziehen. Ah. Das ist ein easy win. Easy win. Ich denke mal, das hier ist Tag with Shadow. Würde ich fast brauchen. Skull Raid. Wow. Noch ein freaking Skull Raid. Oh. Oh ja, ja. Okay. Ich glaube, ich greife trotzdem mit Alman, oder? Tag with Shadow kostet 4, ne? Okay. Ich greife mit Alman. Ich glaube, so richtig insane Blocks hat unser Gegner auch nicht. Das ist ein okayer Block. Klar. Doppelblock. Irgendwie so ein 3-3er. Macht halt irgendwie noch Sinn. Aber dann bist du auch schon fast tot, ne? Muss schon alle 1-1 blocken, oder? Der hat Menace. Ja, ja. Okay. Das ist der beste Block. Ja, das ist schon okay. Nehmen wir Scoring Effigy mit, würde ich sagen. Gegner geht auf 1. Joa. Nehme ich. Passt. Dann legen wir hier dieses tolle Land. Come on. Come on. Gib auf. Also offensichtlich ist da noch hier. Tag with Shadow. Denke ich mal. Kreatur King Deathdust. Es wird Instance Speed Tag with Shadow gespielt. Wenn da noch ein Removal Spell zusätzlich ist, haben wir natürlich Probleme. Mhm. Easy. Nach Blocks Tag with Shadow. Ich werde natürlich die geblockte Kreatur opfern und dann weiß ich noch nicht, welche andere. Ich denke mal, nicht den Menace Guy. Yes. Okay. Game 3. Oh, wir sind beide Male in Game 3 gekommen. Das war schon ganz nice. Ja, Sideboarding hat sich wie immer erledigt. Auf geht's. Das wird schon nice. Das wird nice. So, auf geht's. Noch einmal ein bisschen flatt beim Gegner und dann schaffen wir das. Easy. Bin mal gespannt, ob er uns anfängen lässt. Weil, ich glaube, in dem Matchup ist gar nicht so schlecht, unser Drawer zu sein. Äh, das ist ein Keeper, joa. Joa, das ist ein Keeper. Kein schwarzes Mana, aber schon Temo-Farben unterwegs. Moritte, auch gut, ja. Turn 2 lege ich wahrscheinlich Pilferinghawk. Turn 3, muss ich mal gucken. Also, je nachdem, was wir ziehen. Kein, kein Snow-Sculptor, bitte. Oder wie auch immer, der heißt, der Elf, der was sculptet. Jupp, okay. Okay. Das ist nicht schlecht, aber hilft uns bei den anderen Mana-Farben nicht. Also, jetzt wäre so langsam schwarzes und weißes Mana gut. Okay, ein Gegner hat da Skorn-Effigy. Okay. Spielen wir das, vortellen wir das und hauen für eins. Das kann ja wieder, das könnte Skull-Raid sein, das kann aber auch jetzt hier wieder Tag-Raid-Shadow sein. Also, es ist doof, um die Karten rumzuspielen. Könnte Struggle for Scamper sein. Annoying. Okay. Blood Scamper. Uns fehlt schwarzes Mana. Ich werde hier mal Behold the Multiverse spielen. Das hilft mir beides nix. Ich brauche schwarzes und weißes Mana. Perfekt. Okay. Was machen wir nächste Runde? Könnte einfach, naja, Kardur legen, bringt nicht so viel, ne? Ich glaube, ich lege doch Kardur. Und ich lege auf jeden Fall den Bark-Channel-Pathway auf blau, damit ich Moritte casten kann. Ah, der wird einfach direkt entsorgt. Okay. Okay. Habe ich nächste Runde sechs Mana und schwarzes, dann kann ich Comas Faithful und NotWall Reckluse klicken. Ich bin relativ schnell tot. Also, machen wir uns nix vor. Wir sind hier auf elf Leben. Wenn jetzt ein Lindwurm kommt, habe ich ein Problem. Wenn ein Outrider kommt, habe ich ein Problem. Ich quette, glaube ich, einfach Outraced. So. Wenn jetzt keine Removal Speights da sind, würde ich hier blocken und den 5-5er durchlassen. Und Moritte kopiert den 5-3-Live-Linker. Oder kopiert den 3-1-Live-Linker, um 5-3-Live-Linker zu sein. Das ist sozusagen mein Plan, um aus der ganzen Geschichte wieder rauszukommen. Ja, okay, okay. Jetzt ein 5-3-Live-Linker. Auf geht's. So. Priest of the Haunted Edge. Eins, zwei, drei, vier. Ja, ich werde so blocken und auf 5 bleiben. Gucken, was wir millen. Zwei Länder und Binding. Puh, das wäre beides stark. Nein. Wir werden aus-aggro'd. Nein. Wir werden ausge-aggro'd. Fuck. Mann. Selbst wenn ich jetzt alle powerfulen Speights spiele. Ich habe hier gleich einen Doppelberg auf den Lindwurm und dann. Ja, ja, ja. Du kannst einfach rein. Ich weiß. Dann gehe ich auf 4. Kommt jetzt noch ein Lindwurm. Ich musste mich jede Runde austappen. Bitte kein... Bitte nicht noch ein Lindwurm einfach. Bitte nicht jedes Mal 200 Lindwürme. Oh. Boah. Okay. Am besten beschützen kann mich tatsächlich der Helm. Wenn ich noch ein schwarzes Land finde. Natürlich. Untappt Black Swords muss er jetzt natürlich sein. Das geht. Das geht. Karte ziehen. Das geht. Okay. Bauen den Gold. Weggenommen. Das... Schön mal... Schön mal suspended. Jetzt kein Haster. Wir haben eine Antwort auf den zweiten Lindwurm. Wir sind noch auf 3 Leben. Wir kriegen gleich ein rotes Mana. Das sind so gute Exchanges in einem grindigen Matchup einfach. Okay. Noch was suspended. Kann alles sein. Könnte das zweite Teargrids Shadow sein. Hey. Wir kriegen einen Red Mana. Ich weiß gar nicht, ob ich ehrlich gesagt eine zweite Kreatur hinlegen will. Ich glaube eher nicht. Also eins davon ist mindestens ein Teargrids Shadow. Würde ich glaube ich einfach mal Go sagen. Ich lege jetzt nichts mehr da rein in das Doppelopferding. Also das... Ah, der ist gut. Aber den... Können wir... Hm. Ne, den müssen wir... Jetzt können wir wieder... Jetzt können wir den God's All Guardian legen. Ja. Das ist in Ordnung. Dann kann ich jetzt gleich... Lege ich den und... No. No. Lass mir schwarzes Mana offen, please. Was? Wieso hat der jetzt einen Mana an den Ere getappt? Was? Achso, ich brauchte weißes Mana dafür. Oh nein. Jetzt bin ich vielleicht tot. Oh Gott. Ich glaube, ich habe es verballert. Oh nein. Der braucht ja... Der braucht... Ja. Bin ich tot. Nein. Aber was kann ich... Ich kann sonst... Ja gut. Ich kann einfach Poison the Cup stehen. Okay. Das war ein Mana-Fehler. Oh. Das ist ärgerlich. Oh. Okay. Na gut. Good Game. Uh. Das war ärgerlich. Ja gut. Ich kann einfach nichts machen und Poison the Cup offen lassen. Aber ob das das Game-Winning-Play ist, weiß ich auch nicht. Ich habe leider nicht gesehen, dass ich nur eine schwarze und eine weiße... Also eine schwarz-weiße Quelle habe. Na gut. Okay. Sehen wir uns gleich zu Game 3. So. Runde 3. Wir stehen 2-4. Also wir haben schon zwei Games gewonnen. in der Autopick-Challenge. Ich glaube, das ist ein Keeper. Wir sind wieder so auf Grixis unterwegs. Was gar nicht so verkehrt ist. Ähm. Sulphuris Meier. Dann Great Hall of Sarnheim. Dann weiß ich... Oder... Ja doch. Dann weiß ich, ob ich blaues Mana über die Schimmerdrift-Vale suchen muss oder nicht. Joa. Muss ich? Äh. Ich habe aber auch kein Untapped-Land. Einfach. Okay. Dann... Dann nehmen wir jetzt gleich blaues Mana und dann können wir gucken. Ich denke mal, dass Dwarven Reinforcements die Karte sind, die ich... Die ich fortellen möchte, oder? Gerade gegen einen Deathmail Berserker ist es, glaube ich... Hm. Ich könnte aber einfach den... Den hier ausspielen. Das ist gar nicht so bad, den auszuzocken einfach. So. Blaues Mana haben wir. Weißes, schwarzes, rotes Mana haben wir. Das heißt, wir brauchen nur noch grünes Mana für alle unsere Spells. Aber alles das, was wir auf der Hand haben, können wir im Moment casten. Joa. Ich bin wie immer zuversichtlich. Am Anfang bin ich immer zuversichtlich. Und dann passieren irgendwelche Lintwürmer oder so. Keine Ahnung. Ah. Basoingo. Wie sieht's aus? Was hast du für mich parat? Ah, der Priest ist schon okay. Der ist mit Kaldring natürlich ein bisschen besser. Aber der ist schon okay. Okay. So. Überlegt ein bisschen länger hier. Finde ich aber durchaus okay. Ist vielleicht ein Spot, wo man ein bisschen länger überlegen kann auch. Ist ja auch kein einfaches Set, ne? Also für diejenigen, die euch die Kaldheim schon mal gedraftet haben. Kaldheim ist nicht leicht. Also Kaldheim ist ein schwieriges Set. So. Absaaren. Bound in Gold. Auf den 0-4er. Das ist okay für mich. Zumal ich die Great Hall of Starnheim habe. Ähm. Könnte ich jetzt Aga Targaryen legen? Oder den... Ich glaube, ich lege Aga Targaryen. Wir machen zwar alles irgendwie eine Runde später. Aber es ist okay. Es ist okay. Nächste Runde wahrscheinlich die Reinforcements oder Kardur. Aber mit Behold the Multiverse lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Wir haben ja genug Spells, die wir noch casten können. Also da ist... Das ist alles in Ordnung. Und das gefällt mir ehrlich gesagt. Mir fehlt noch ein weißes Mana, um die Great Hall of Starnheim zu aktivieren. Okay. Das ist natürlich sowieso Zukunftsmusik. Weil erstmal brauche ich die Länder sowieso alle noch. Aber irgendwann... Irgendwann kann ich aus dem 4-4-Engel machen. Ich glaube, damit hätte der Priest selber nicht mehr gerechnet. Spectre Steal. Huh. Okay. Gegner ist auf Damagios aus. Äh... Attack Skis. Kardur Trade. Oder lieber Poison the Cup Trade. Boah. Tough. Das ist nicht so geil. Weil der Gegner bekommt auf jeden Fall einen 2-2 Black Zombie Token. Mein ist jetzt auch nicht der Weltuntergang. Aber ist schon richtig nervig. Ja. Wahrscheinlich laufe ich wieder in Village Rides rein und kriege den Skride 2 nicht. Wie immer. Ne. Okay. Äh... Jo. Brauche ich beides. Äh... Ja. Grünes Land brauche ich. Auf jeden Fall. Bevor ich Binding of the Old Gods casten kann. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich auch gerne ziehen würde. Dann können wir nächste Runde mit Kardur vielleicht den 2-2 Zombie abräumen. Wenn wir zwei Blocker hier zurücklassen. Und danach können wir dann Binding of the Old Gods spielen. Ah. Bin ich eigentlich... Bin ich unzufrieden im Moment. Ja. Goldmore Champion. Hat nur eine White Source im Moment. Ah. Nicht noch Remover. Nein. Nein. Basongo. Way down. Damit... Ah. Das bringt mir Kardur nicht viel, ne? Jetzt bringt mir Kardur nicht viel. Vielleicht lege ich dann erstmal die Reinforcements hin. Wenn ich Kardur lege, ist der sozusagen der nächste Attack Trigger einfach egal. Weil er einfach ein weißes nutzt. Oder eins und ein weißes nutzt und Kardur tappt. Und dann ziehe ich keinen Value daraus. Ich würde gerne daraus Value ziehen. Vielleicht muss ich damit sogar warten, bis ich mit Binding den ihr abgeräumt habe. Das kann natürlich auch passieren. Ähm. Jo. Okay. Das hier wäre okay für mich. Müssen wir mal gucken. Also wenn kein fetter Drop kommt. Jo. Ähm. Hm. Ja. Jetzt kann ich halt wieder... Jetzt kann er Kardur wegteilen. Kann sogar. Ja. Ja. Komm. Oder? Hm. Schwierig. Vielleicht mache ich einfach erstmal einen 4-4 Menage Guy. Und Attack mit dem. Nochmal 2 Damage kann ich durchaus nehmen. Jetzt kann ich gleich Kardur spielen, weil Boast kann nur einmal pro Runde aktiviert werden. Das heißt, wenn ich 2 Blocker habe, die den Goldmore Champion fressen würden, kann ich das gleich... Okay. Oder... Oder wir machen das ganz anders und futtern erstmal den 3-7er. Bevor der noch Valu macht. Und dann fortelle ich noch Behold. Okay. Looks good to me. Ich hätte hier vielleicht mit dem Helm angreifen können. Maybe. Könnte Missplay gewesen sein, ja. Axe Guard Bragaard. Ja. Blaues Land. Satellite for Forest Card. Ich nehme mal den... Den hier. So, Gegner auf 11. Muss jetzt mit allem angreifen. Muss wahrscheinlich die Tab-Ability nutzen. Wir sind nicht tot nächste Runde. Wir hauen für 12 rüber. Also ich glaube... Sieht ganz gut aus für uns. Ich kann hier theoretisch blocken. Also ich könnte mit Starnheim Corsa und mit dem Dwarf Berserker den Goldmore Champion blocken. Und dann 4 nehmen. Wir können aber... Ich meine, wir sind auch auf 10. Gegner hat immerhin noch 2 Mystery Cards in der Hand. Gut, das Spectre Steel macht jetzt nichts mehr. Aber... Also zumindest im Moment nicht. Da kann auch immer noch mal eine 4-Year-Satribution oder irgendwas anderes Schlimmes rauskommen. Aber immerhin überlegt unser Gegner. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Tag mit allem. Jetzt bin ich gespannt, ob der Tab auf Kado passiert. Ja, ich glaube dann... Ich glaube dann doppelblock ich einfach aus Safety-Gründen. Bin mal gespannt, ob der Braggard hier sich noch... Ähm... Der Braggard sich noch pumpt. Dann wird nämlich so viel nicht mehr passieren. Wir hauen nur für 10. Ah ne, gar nicht mal... Ja, das reicht ja sogar. Stimmt, wir hauen für 10. Und wir gainen ja jetzt auch ein Life wieder. Stimmt, weil ein Attacker gestorben ist. Ist ja symmetrisch. Perfekt. Hat den Braggard nicht benutzt. Und spielt den Skaldo. Das heißt, mit Removal sind wir lethal. Okay. Removal ist lethal. I like. Dann würde ich sagen... Beholden wir mal einfach in Removal-Spell. Äh... Hm. Das ist beides geil, aber beides kein Removal-Spell. Ich will jetzt hier für den direkten Kill gehen. What? Shit. Äh... Oh Gott. Ich hab das... Hab ich das weiße... Ich hab kein weißes Mana, ne? Das heißt, ich kann das nicht aktivieren. Boah. Wird das jetzt hier nochmal knapp oder was? Maybe hätte ich die Spells, die was tun, nicht runterlegen sollen, sondern einfach behalten sollen. Vielleicht war das ein bisschen zu gierig. Okay. Aber vielleicht auch nicht. Oder vielleicht auch doch. Nein, Mann! Wirklich? Das hast du noch nicht jetzt zum Schluss gezogen, oder? Binding. Oh mein Gott. Jetzt muss ich sogar jumpen. Oh, das gibt's doch nicht. Wenn ich mir... Wenn ich mir die Spell... Aber ist es so wahrscheinlich, dass wir zwei Länder nachziehen? Ah, ich weiß nicht. War das ein Misplay? Gewinn ich das Spiel auf jeden Fall mit den beiden Spells? Oder sollte ich für den direkten Kill gehen? Ist nicht so hundertprozentig eindeutig, finde ich. Ja, ich muss jetzt halt jumpen, ne? Oh. Und der untappt natürlich auch noch. Das ist auch nochmal so eine richtige Frechheit. Ja. Mega. Scheiße. Ja, bin ich einfach kaputt, ne? Mistsafe mir jetzt hier auch nicht mehr weiter. Oh Mann, das ist aber wirklich annoying, also. Ich meine, das muss doch irgendwie... Also... Ja, ich... Ich kann halt den jumpen, aber ich hab keinen Weg zum Gewinn mehr. Okay, gehen wir mal ins Sideboarden. Also, der Stainful Stroke nehme ich wieder rein. Mist, brauchen wir wahrscheinlich wieder nicht. Das ist mein klassisches Sideboarding hier. Ich glaub, der Rest passt. Ah. Oh, das ist so ärgerlich, das Game zu verlieren hier. Ja, naja. Passiert. Oh. Okay, wenn ich die beiden behalte, kann ich sicherlich einen davon noch ausspielen. Aber was ist die... Wie wahrscheinlich ist die Sequenz... Weiß ich nicht. Master Skull. Oder dass er so einen fetten Removal-Spell hat. Ich meine, Splash für grün deutet schon meistens... Meisting? Deutet meistens auf Binding the Old Gods hin, ne? Ja. Na? Ist tough, ey. Ist tough. Kann ich schon sehen, die beiden safen Karten zu behalten. Aber ich kann auch sehen, für den Dreck einen Sieg zu gehen. Naja. So, auf geht's. Neue Challenge. Wenigstens ein Game in jedem Best of Three gewinnen. Easy Keep. Ja, das ist eine perfekte Hand, würde ich fast behaupten. Also ein blaues Mana fehlt. Aber das ist... Das sind Kleinigkeiten. Da ziehen wir uns rein. Gegner hier mit einem Mulligan. Perfekt. So möchte ich das sehen. Naja, eigentlich möchte ich es nicht. Aber dafür, dass ich jetzt ein Game gewinne... Oder ein Game gewinnen kann, erhöht das natürlich schon die Chancen. Ich denke mal, wir spielen Woodland Chasm auf eins, auf zwei Mountains, Fortellen, Gottshall Guardian, finden hoffentlich das Island für Disdainful Stroke und Agar. Da ist noch ein Swamp. Swamp ist nicht so ganz so schlecht, weil wir brauchen auf jeden Fall noch ein viertes Land, um sowohl den Guardian als auch das Binding spielen zu können. Jetzt setzen wir auf drei halt aus. Also so ein Basic Island wäre wahrscheinlich der beste Drawer. Easy. Had it. Perfekt. So, jetzt gerne irgendwas, was ich mit Binding the Old Gods removen möchte. Irgendwas Fettes. Hau mal so einen richtigen Karton raus. Ja, das ist... Das ist für mich okay genug. Zonk. Zonk. Und hauen für drei. Wir suchen uns wahrscheinlich Arctic Tree Line raus und lassen uns dann Disdainful Stroke offen. Ja, sieht doch gut aus. Goldmore Champion. Easy. Perfekt. Arctic Tree Line. Das gezockt. Der Champion alleine macht nicht so viel. Ich glaube, es ist hier safer, einfach Disdainful Stroke offen zu lassen, falls unser Gegner das vierte Land zieht. Zum Beispiel jetzt Swamp into Binding wäre halt insane. Braggart können wir auch gerne countern. Und dann legen wir nächste Runde halt Guardian und Pilfering Hawk. Ja, Attack muss schon noch kommen. Genau. Alle meine Kreaturen kriegen Death Touch. Hervorragend. Guardian, Pilfering Hawk. Nächste Runde Kennel Master und fette Attacks. Ich sehe nicht so wirklich, wie unser Gegner da rauskommen kann. Zu Game Draw ist nicht so geil. Hat kein schwarzes Mana, nur den Splash Forest. Also von daher sieht es ganz gut aus für uns. Wir haben aber auch gut rausgezogen. Also das Basic Island dann noch zu ziehen war natürlich absolut die Sahnekirsche. Oder die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Ja, Kaffee Kennel Master hier auch nochmal richtig stark. Gibt uns auf jeden Fall gleich sehr, sehr gute Attacks. Spectral Steel, ja. Naja, gibt uns trotzdem gute Attacks. Ja, Attacken wirst du nicht, oder? Ja, das dachte ich mir. Ähm. Ah, maybe ist es Bound in Gold Time. Das hier fortellen und dann einfach nochmal für 7 hauen erstmal. Ich glaube, das ist hier safer als... Ich meine, Kennel Master kann man auch droppen. Dann kann man irgendwie hier die beiden pumpen. Es stirbt nur einer. Das geht schon. Jupp. Okay. Kennel Master. Blum, blum. Beide sind lethal. Attack. Ja, das war jetzt ein relativ schnelles Spiel. Bin mal gespannt, wie Game 3 so aussehen wird. Oder? Gibt's da noch irgendwas? Nee. Okay. So. Wir haben immer noch die Chance, ein ganzes Best of 3 zu gewinnen. Wir müssen nur jetzt noch einmal gewinnen. Können wir das bitte tun? Wir haben jetzt jedes Mal ein Game gewonnen. Ich möchte nicht 1-2-1-2-1-2 spielen. Das wäre echt ärgerlich. So. Ich denke mal, wir sind on the draw. Hunt is sweet. Kind of. Joa. Hunt ist okay. Wir haben alles Mana, was wir uns wünschen können. Wir haben Removal, Removal, Cardua. Wir haben Card Advantage. Ich würde auf 2, glaube ich, auch den Priest spielen. Denke ich. Und dann auf 3 eine von den beiden Fortellkarten fortellen. Jo. Alles easy. Sieht alles gut aus. Gegner hat jetzt hier aber schon... Gegner hat seinen Mana wieder. Das könnte gefährlich werden. Gegner, die ihr Mana gut ziehen, sind immer schwierig für die Autopic Challenge. Mir wäre es lieber, Gegner zu haben, die nicht ihr Mana gut ziehen. Okay. Im Moment sind es 2-0. Du kannst durchaus ein 2-3er spielen. Da kann eigentlich nichts passieren. Nichts kann da passieren. Basoingo. Nicer Nickname auf jeden Fall auch. Ich mag Basoingo. Ja, ich glaube, Goldmore Champion ist schon, würde ich sagen... Okay, wir brauchen ein rotes Mana. Snow, Snow, Snow. Ja, ich glaube, das ist schon worth it, den wegzumachen. Und dann würde ich mal das hier fortellen. Behold können wir irgendwann später nochmal gebrauchen. Nächste Runde können wir Firewalker legen und wahrscheinlich Great Hall of Starnheim. Damit wir... Obwohl, wir werden uns wahrscheinlich grünes Mana nehmen mit der nächsten Schimmerdrift. Okay, der ist... Der ist okay. Cannon Master. Cannon Master. Aber ich werde trotzdem mal gucken. Nächster Runde haben wir Cardur. Und Schimmerdrift Vale auf grün. Ja, ich block nicht. Das sieht für mich aus wie ein schlechter Trade. Den würde ich hier ungerne machen. Bitte nicht Binding. Starnheim Corsa. Okay. Können wir selber auch legen. Ich mache hier grünes Mana. Und ich lege Cardur. Und ich würde hier sogar den Trade anbieten. Ich lege nur Cardur Pre-Combat. Das falls... Entschuldigt bitte. Das falls der Trade passiert, drain ich schon mal für ein Leben. Klar, dem Gegner gibt das mehr Informationen. Aber dadurch, dass ich das für einen validen Trade halte, will ich hier, falls unser Gegner das auch so sieht, zumindest den einen Lebenspunkt mitnehmen. Ja. Wenn jetzt beides attacken muss und kein Removal da ist, ist Cardur natürlich super. Cardur frisst dann eben schnell den Shieldmate. Und wir haben nächste Runde auch einen ganz guten Attack mit dem Kennelmaster. Aber kann jetzt auch sein, dass da einfach Spectral Steel auf den Best Gear Shieldmate kommt und ich einfach nicht blocken kann. Also das... Oder ein Removal Spell. Durchaus möglich. Binding wäre, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann. Okay. Way down. Ein Mana Removal Spell. Strong. Das ist pretty strong. Da sind wir schon auf 14. Und cool. Na gut. Ich würde sagen, ich greife hier an. Mit dem Firewalker. Und ja. Werde wahrscheinlich einfach nur Star-Name-Corsa spielen und Poison the Cup offen lassen. Das wirkt ein bisschen komisch, dass man die Fähigkeit hier nicht aktiviert. Aber... Dadurch, dass ich schon auch im Ray... Na, ich glaube, es ist besser so. Ich glaube, es ist besser so. Sollte... Woher weiß ich nicht. Ah, die zwei nehme ich noch. Und... Äh... Ja, ich dachte... Äh... Was passiert... Äh... Was mache ich, wenn der Cursor angreift? Ja, das ist eine schwierige Entscheidung. Ich werde hier nicht... Ich werde hier den, äh... Die zwei der Menschen nehmen und gucken, ob jetzt ein Fat-Clops kommt. Ansonsten mache ich den Cursor weg. Na gut. Ich denke, es ist okay so. Zumal wir mit Kaffee Cannon Master einen guten Follower-Farm. Jo, nehme ich beides. Ne, Hork nehme ich nicht, aber... Poison the Cup nehme ich gerne. So, dann spielen wir den auch noch hier. Da ist auf jeden Fall auch noch irgendwas beim Gegner. Ich weiß nicht, was es ist. Ob es ein Trick ist... Oder ob es ein Removal ist. Könnte auch ein Poison the Cup sein. Na, ist nicht ganz so... Ich sehe mich tatsächlich gerade ein bisschen vorne. Also, mit ganz, 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 ganz viel Glück. Und nicht zu vielen Ravenous Lindwürmern beim Gegner. Okay. 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 Na gut, damit kann ich sogar leben. Kann ich sogar ganz gut leben. Äh... Könnte jetzt hier X sein für ein Land, ne? Ich weiß nicht, was oben ist. Könnte ein Land sein. Ah! Ah! Bound in Gold hätte ich natürlich gerne gezogen. Das wäre dann der Doppel-Removal-Zug gewesen. Bound in Gold hier drauf. Das wäre natürlich insane gewesen. Okay. Da kommt irgendwas aus dem Graveyard zurück. Maybe. Vielleicht raise the Draugor. Master Skull. Okay. Ist aber nichts. Gut. Hm. Ich würde sagen, wir sparen uns das Scrying einfach, um einfach direkt hier mit dem 4-4er attacken zu können. Ich greife nur mit dem 4-4er an. Wenn er blockt, ist danach ein 1-1er übrig, sodass der Firewalker auch angreifen kann. Werd hier Behold the Multiverse suspenden. Das sieht sehr gut aus. Wir sind auf dem Board vorne. Wir sind mit den Ländern vorne. Wir haben Behold the Multiverse. Das sieht sehr, sehr, sehr gut aus für uns. Ich spiele das mal. Spiel Showdown. Jupp. Spiel das. Vorteil den Typen hier. Jo, Leute. Also das lasse ich mir, glaube ich, nicht mehr vom Brot nehmen. Ganz ehrlich. Den hier lasse ich mir nicht mehr vom Brot nehmen. Ich glaube, wir haben es geschafft. Außer jetzt kommt irgendwas völlig Verrücktes. Ich glaube, wir haben es geschafft. Oh, yes. Oh, yes. Den hier. Marke hier drauf. Land gezockt. Den hier. Marke hier drauf. Sustainable Stroke lassen wir uns auch direkt mal offen. Perfekt. Attack für so viel. Klar, man kann ja noch beides blocken. Da muss jetzt schon Doomscar into keine Ahnung was kommen. Und für Doomscar... Ne, wir haben Blaus Mana nicht mehr offen. Okay, wir haben Blaus Mana nicht mehr offen. Das ist nicht so gut. Dann kann ich auch vorteilen. So. Jetzt aber. Wenn nicht Doomscar da ist, gewinnen wir das Game. Come on! Dog Pursuit macht nichts mehr. Bringt ihn auf drei. Ist okay. Wir haben nur lethal Kreaturen. So. So eingezockt. Hier noch eine Marke drauf. Und Distant for Stroke offen gelassen. Falls Donnermann Wrath kommen sollte. Hier drauf gezockt. Was für ein Board. Und was für eine Demonstration der Stärke zum Abschluss. Junge, Junge. Bestes Deck ever. Wir haben es geschafft. Wir haben mit dem Autopic Draft ein ganzes Match gewonnen. Yes. Nice. Ich hoffe, das hat euch auch gefallen. Also wenn ihr Bock habt, lasst mir gerne in den Kommentaren irgendwelche. Sagt mir, wie ihr das gefunden habt. Was ihr für Draft Challenges cool findet. Vielleicht mache ich da in Zukunft noch irgendwelche anderen. Und wenn ihr schon da seid, drückt gerne den Daumen hoch. Oder vielleicht auch auf das Abonnementzeichen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Solaris. Tschüss.